recht herzlich willkommen zur 104 folge von towns ja spiel ist in der pause lassen wir mal laufen und dann schauen wir was wir machen können letzt mal hier geschaut dass die noch rüstung bekommen die muss dann noch produziert werden ich glaube können einen tacken schneller laufen lassen die wollen wir jetzt hier schön die roten kugeln und die werden dann weiter zur rüstung verarbeitet gut wie sieht es dann so aus was zu essen gibt ein brot ist da zwei äpfel zwei bieren das ist nicht ganz viel da muss noch ein bisschen was passieren wie sieht überhaupt hier mit happiness aus 50 von 68 ist also relativ gut die machen ja noch mehr spider-red geschichten möglich eine kugel die keiner nehmen will auch gut gehen ist da was eingelegt worden oder raus kann man jetzt nicht so richtig sagen und die sind auf jeden fall leer behalten sich da schon welche auf was ist denn das für einer der macht essen und er sollte vielleicht hier hingehen zum essen machen und da ist dann nicht genug platz zum essen machen wie sie bin es immer noch 50 was haben wir hier da ist noch eine kerze die könnte weggebracht werden und schwert liegt da auch noch ist das hier flint und sand und da oben ist eisen ja da wird man auch einiges da wird jetzt ordentlich weggeholt und dann wohl produziert da liegt auch ein helm das ist hier noch eine auf eine brustplatte gucken welche kommen die ja rüstungstechnisch ausmachen sieht nicht so aus eine hose ist auch noch da jetzt werden nur ein paar schuhe die liegen auch noch da also es könnte sich eine komplett einkleiden ja kommt aber keiner kommen wir noch mal rein es gibt aber genug die was bräuchten der und drei ist schon voll okay da ist auch gerade eine hose geholt worden da fehlt noch eine brustplatte und da haben wir auch alles dann okay hose ist auch schon weg und hier wird getauscht worden dann sitzen wohnhelm knorrenhelm und dann will auch kein anderer mehr haben da ist auch etwas getauscht worden da ist ein fehler gut happiness 49 gleich drunter frisch im hals schuhe sind auch schon weg ja guck mal am brot liegt da oben eins ist es besser geworden zwei waren gerade da drei äpfel eine birne ja abgeerntet ist hier hinten alles müssen wir da noch nachlegen nein es ist ja noch ein bisschen da würde ich sagen gucken wir mal nach unten wie es hier so gemacht ist das reißen wir mal komplett da weg dann kann auch eine kerze hin und wenn wir schon dabei sind dann können wir das da auch machen da wird das weg gehauen zwei machen es drei machen es wahrscheinlich vier sieht gut aus da braucht keine kerze hin steine haben wir dann auch genug noch hier liegen woanders ne kerze noch hin ja hier können wir noch was machen rechts anpuff machen deko kerze und da haben wir unten oben noch eine so eine nach also die steht irgendwie falsch aber ist jetzt auch egal da ist richtig und da ist auch richtig wieso haben wir denn hier ein wassereinbruch also ich habe nichts gemacht ok und wenn ich das hier angucke dann sehe ich jetzt auch nicht unbedingt wo es dann die leckage geben kann war das schon immer da ich glaube nicht ne ich glaube da ist hier irgendwas passiert wo ich aber nichts mit zu tun habe denn da habe ich ja keinem gesagt dass der da was machen soll oder also das hier das ist mir neu das war ich nicht ne und das ist von hier oben dann gekommen weil hier ist ja die mauer noch intakt ne ja das wasser tropft von oben hier runter rein und dieses hier habe ich nicht gemacht das ist nur ach so weil grad dunkel ist sieht das nur so aus also wie das da hinkommt weiß ich nicht ich meine das wäre auch vorher nicht gewesen ja interessant helden haben wir fünf wir haben über sechs räume oder sogar sieben können also auch ruhig welche kommen 34 wir haben 47 zimmer das geht auch noch ja essen ist wahrscheinlich nichts da das ist gerade unser hauptproblem dass wir nicht genug essen haben vier bieren drei äpfel kein brot sieht es hier aus 55 ist aber schon gestiegen da müssen wir weiter gucken ne da sind jetzt andere rüstungsteile schon weggelegt worden weil wahrscheinlich jetzt die roten schon die besseren noch waren ok soll aber auch gehen spiderit brustplatte ok sonst ist da nix drin paar Wappen haben wir auch noch ja gut mal gucken was hier so noch gedeihen kann ich glaube wir machen mal hier die sonder aktion einmal an her damit es besser ist obwohl 58 ist noch wieder gestiegen ne ist aber jetzt nicht schlimm machen wir ruhig dann wächst hier das getreide auch mal müssen wir jetzt überlegen ob wir dann hier noch was anpflanzen ne und kann da einer so machen geht auch noch und wenn wir schon dabei sind dann die zweite reihe auch noch dann pflanzen wir da getreide an ein feld fehlt noch so geht das auch so geht auch so wohl wunderbar so haben wir alles gemacht ein schweinchen wurde gerade geholt zum schlachten eine rote kugel ist noch da oh guck mal das ist wenn da hier voll ist dann sind alle glücklich ne sind ziemlich viele darunter hätte ich jetzt auch nicht gedacht so der händler kommt mal weiter laufen 59 ja da kommt die karawane gucken wir mal gerade rein und er hätte lebensmittel mit und ich würde sagen kann man das auch auf einmal machen das geben wir ihm und nehmen dafür was anderes ne ne das haben wir nicht und abdurchbruch haben wir glaube ich auch nicht und dann war es das schon ich bin mal das obst ach so hier geht es weiter so jetzt können die da drinnen eigentlich alles was du hier gegen tragen ne naja nicht schlimm die schillen da alle hier soll Getreide hin auch gut funktioniert eigentlich die holen jetzt hier essen Food Caravan 9 und 12 kriegen sie oder kriegt er oder kriegt er aber zurzeit bringt keiner da was hin denn hier stehen ein paar rum die können das alle machen aber keine Lust ne ich glaube jetzt hat er was gekriegt 7 und 12 jetzt laufen alle los bis auf einer oder ein ne kommen noch ein paar Äpfel ja jetzt ist das Spiel in Pause da gibt es einen Angriff bestimmt wieder ne doch nicht ich habe gedacht das wären jetzt drei sag schon na na stinktiere oder was auch immer sind so dann brechen wir schnell die Äpfel dahin damit ihr kampfbereit seid ne wieder ein Apfel Apfel noch zwei hm ich habe gedacht der eine hätte jetzt einen mitgebracht aber war wieder nicht so ne das war das eine jetzt nö ich stelle sich da nur so rein da kam jetzt noch einer und noch einer jetzt sind die Äpfel doch nicht weg weil es Dingens waren sag schon Birnen so irgendwo geht der Grab Angriff los würde ich sagen ich weiß nicht wo ah da oben kommen sie war doch noch nicht los gegangen so hier muss geholpen werden denke ich mal oder fein hilft 34 Leute äh überlebt da oben auch überlebt ich glaube der Angriff ist durch höchstens dass da noch ein paar langsamere Kameraden kommen aber sieht so aus als ob alles gut ist macht der Händler fünf Bieren noch funktioniert so happiness ist bei 63% super Brot füllt Birnen und Äpfel haben wir aber warum macht das keiner ja ja die stehen mehr auf vitaminreiche Kosten so der müsste aber auch jetzt gleich abreisen oder einer da war sie gut jetzt haben wir hier noch zwei Räume die sind auch schon fertig ne weiß gar nicht was wir da rein machen wollten mehr schon so lange her äh sollte man überlegen sollten wir dann noch mal hier so eine Zone rein machen die Bakery Bakery Dining Room Rot Bäckerei äh Bäckerei haben wir da unten ne Kitchen Hospital Atelier ein Atelier ein Atelier haben wir nicht ne das machen wir mal hier oben rein so und dann müsste man überlegen was man ins Atelier reinbauen kann da da steht jetzt nicht bei wo das hingehört äh wir müssen auch hier rein gucken glaube da sind die Sachen die wir dafür brauchen Fallen Stone Harpentry hat der gebraucht ähm Forge 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 da auch mal nix Kitchen Küche 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 Atelier und das hier auch ins Atelier so Hospital und das hier auch ins Atelier der Rest wird nirgendwo anders gebraucht das Spiel ist in Pause ne ja 66 warte da muss ja wieder ein Angriff da sein Daunted ah da sind unsere Evil Badger äh da geht's weiter ja dagegen können wir nicht ganz viel tun das ist halt so ne Jo Jo Was machen wir jetzt aus dem Raum noch? Gute Frage Guck mal hier ist was gemacht worden Äh Was kann man da machen? Hier diese Sachen wahrscheinlich ne? Heids and Materials Animal Heid Witcher Heid Huuuuh Achso das sind so Spezialhüte hier und sowas aber die sind ja auch nicht so doll ne? Colors und Blowers Und Rüstung Golden Silber Äh Clothesets Die werden alle im Atelier glaub hergestellt ne oder? Ich weiß es gar nicht mehr Nette Amor brauchen wir da Oh Drei dazugekommen Cool Äh ja da müssen wir mal schauen Wohl jetzt aber gerade gucken, dass die erstmal da was anzuziehen kriegen die drei Äh Äh Die sind hier drinnen Zack Zack Gucken wir mal was sie sich holen Der erste hat schon mal ne Mütze auf und ne Brustplatte Zweiter hat ne Mütze Und ne Waffe und Schuhe Und der letzte hier, was macht der? Kriegt nix ne? Doch da Hasenohren Bunny Head Naja ist auch gerade keine Rüstung ne? Das war besser wie nix Ja Hab ich nur mal alle drei angeklickt Verteilen müssten wir die auch noch ne? Essen 8 Ich glaub einer Kriegt erstmal Essen zu gewesen Die ist jetzt fast bis auf die Hose komplett die Dame Bergmann Erntehelfer Kommt auch noch einer dazu Die letzte Person Das haben wir 7 6 8 6 9 Holzfäller Plus Dann machen wir den Ah Das war jetzt verkehrt Da müssen wir hin Das wird noch zum Träger Und fertig So haben wir Okay Dann würde ich sagen Sollts aber für die Runde auch wieder erst reichen Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen Und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid Bis dann Tschüss 1 0 5 7 Untertitelung des ZDF, 2020